Wir kommen zurück zur Einführung in die Korpuslinguistik. Ich möchte Ihnen heute eine weitere tolle Korpusanalyse-Plattform vorstellen, und zwar die Sketch Engine. Die Sketch Engine ist eine sehr komfortable, sehr mächtige und vor allem flexible Korpusanalyse-Plattform. Die funktioniert unter anderem deswegen so gut, weil sie kommerziell ist. Allerdings haben wir an unserer Universität eine TU-weite Lizenz. Mit ihrem ZIH-Login können Sie sich über den sogenannten Institutional Login da einwählen und können dann kostenfrei dieses Tool nutzen. Bei der Sketch Engine, und das ist der große Vorteil, haben wir die Möglichkeit, auch eigene Korpura hochzuladen. Und wir werden das auch machen im weiteren Verlauf des Semesters. Wir wollen uns aber heute mit den vorinstallierten Korpura beschäftigen. Da gibt es unzählige sowohl Spezialkorpora als auch Referenzkorpora und vor allem in verschiedenen Sprachen. Das unterscheidet die Sketch Engine ganz maßgeblich zum Beispiel von dbds.de. So sieht das aus. Unter sketchengine.eu können Sie die Internetseite aufrufen. Das ist alles browserbasiert. Und Sie können dann hier über Login gehen und dann haben Sie hier den Institutional Login und suchen dann hier sich mal Dresden raus. Da ist es TU Dresden. Dann hier mit Ihrem ZIH-Login wählen Sie sich ein und Sie landen dann hier auf dieser Startseite. Vielleicht landen Sie bei sich zuerst hier. Sie können dann hier sehen, welche Sprachen verfügbar sind. Und wenn wir auf Advanced gehen, können wir uns mal anschauen, was es denn so insgesamt gibt. Also bei Arabisch. Hier verschiedenste Korpura. Wir scrollen mal runter zu German. Dann sehen wir, na, Sie sehen es jetzt wirklich viel. Das sind meine eigenen Corpora, die ich so hochgeladen habe. Und dann haben wir hier verschiedene Dinge. Lex Judgements, verschiedene, aus verschiedenen Timestamps. Wir haben auch Political Speeches. Das Gutenberg-Korpus, also literarische Texte. Ja, aber wir arbeiten jetzt einfach mal mit der Standardfunktion, in dem wir einfach hier auf German gehen. Das ist das Korpus D101020. Das ist ein riesiges Web-Korpus mit 17 Milliarden Wörtern. Das heißt, hier wurde vollautomatisiert, einfach das Internet abgesucht und alles, was man gefunden hat, hat man aufgenommen. Ist also sozusagen so eine Art Google-Suche, könnte man fast sagen. Nur, dass wir hier eben genaue Angaben haben, wie viele Daten denn tatsächlich drin sind, dass wir exhaustive suchen und wirklich systematische Suchen machen können. Sie sehen jetzt hier die verschiedenen Funktionen, die wir so haben. Und das ähnelt sich in Teilen sehr dem, was wir auf DBDS gesehen haben. Zum Beispiel hier das sogenannte Word Sketch ist genau das gleiche wie das Wort Profil. Wir gehen jetzt mal hierher und tippen mal Demonstration ein. Das haben wir auch bei DBDS gemacht. Und dann sehen wir auch hier, dass hier so typische syntaktische Kontexte hier angezeigt werden. Also was sind Modifiers, friedliche, angemeldete, antifaschistische, genehmigte Demonstrationen. Was Demonstrationen tun, also wo das ein Subjekt ist und welche Verben dann damit kombiniert werden. Und verschiedene andere syntaktische Kategorien, die Niederschlagung der Demonstrationen, die Teilnehmer der Demonstrationen und so weiter. Wir haben auch die Möglichkeit, eine Word Sketch Difference zu machen. Auch das ähnelt dem, was ich Ihnen bei DBDS.de schon gezeigt habe. Protest. Und jetzt sehen wir hier, was grün ist, ist also eher mit Demonstrationen assoziiert. Was rot ist, eher mit den Protesten. Und das ist doch schon mal ganz interessant, dass hier also bei Demonstrationen es eher hier hervorgehoben wird, dass es sich um diese anzumeldenden, offiziell genehmigten Demos handelt. Und bei Protesten hingegen ist typisch, dass so die Emotionalität hervorgehoben wird. Und dann sehen wir, wo war das mit den Genitivobjekten? Finde ich jetzt auf Anhieb nicht, aber klicken Sie sich einfach mal durch und schauen Sie sich an, wie also hier in diesem Korpus sich die beiden doch sehr ähnlichen Ausdrücke, Demonstrationen und Protest, zueinander verhalten. Okay, wir haben dann auch die Möglichkeit, uns natürlich Korpusbelege anzeigen lassen zu können. Und wir können jetzt hier auch mal Demonstrationen eingeben. Nehmen wir mal Protest. Er hat jetzt nach dem Lemma gesucht, das heißt, wir finden jetzt auch hier wieder die flektierten Formen. Und jetzt haben wir verschiedenste Möglichkeiten. Wir können uns zum Beispiel, das finde ich ein ganz tolles Feature, Good Dictionary Examples uns anzeigen lassen. Also das sind recht kurze Sätze, die gut überschaubar sind, die man dann hernehmen könnte, um sie als Beispielbelege in ein Wörterbuch aufzunehmen. Wir haben dann auch die Möglichkeit, hier ein Zufalls-Sample uns zu ziehen, eine Zufalls-Sortierung vorzunehmen. Und wir haben die Möglichkeit, Kollokationen zu berechnen. Das kennen Sie, das heißt dann woanders Konkurrenzprofile. Wir nehmen jetzt mal hier ein größeres Window und wir rechnen mal auf Lemma-Basis. Und ich nehme immer noch ganz gerne den Log-Likelihood-Wert mit dazu. Das ist so eine Geschmackssache, das sind verschiedene statistische Maße. Wir machen das einfach mal. Es wird jetzt ein bisschen dauern, weil das große Datenmengen sind, also 479.835 Belege. Sie können bei YouTube dann vielleicht jetzt mal ein bisschen vorspulen. Ich pausiere mal. So, da sind wir wieder. Es hat jetzt tatsächlich so drei, vier Minuten gedauert. Aber das sind jetzt hier die Lämmeter, die also signifikant häufig gemeinsam mit dem Wort Protest verwendet werden. Friedlich gegen massiv gewaltsam und so weiter. Und wir können uns jetzt hier auch die Belege anzeigen lassen, wie das also tatsächlich in Kombination verwendet wird. Gut, wir haben noch viele andere Möglichkeiten. Ich möchte Ihnen mal das hier kurz zeigen. Der sogenannte Thesaurus, der funktioniert rein datengeleitet. Das sind Wörter, die in ähnlichen Kontexten vorkommen wie Protest, die also ein ähnliches Kollokationsprofil teilen. Vielleicht kennen Sie die Methode der Word Embeddings. Das funktioniert ähnlich, ein bisschen ein anderer Algorithmus. Aber das sind sozusagen jetzt Wörter, die rein datengeleitet nicht unbedingt synonyme sind, aber eben wie gesagt ähnlich verwendet werden, mit ähnlichen Adjektiven zum Beispiel kombiniert werden. Dann haben wir noch die Möglichkeit, uns N-Gramme anzeigen zu lassen und Word Lists. Das werde ich Ihnen aber eher zeigen, wenn wir mit eigenen Corpora arbeiten, weil es dann interessanter ist. Gut, ich möchte jetzt noch mal hier in die Concordance reingehen, denn ich habe Ihnen jetzt nur gezeigt, wie wir hier nach einer bestimmten Wortform suchen. Ja, also wir gehen jetzt hier auf Geflüchtete. Dann können wir jetzt auch, genau, wir machen das mal als Word. Also das ist tatsächlich nur dieses Wort. Also dann sind die anderen Geflüchteten und so weiter nicht mit drin. Wir können aber auch hier zum Beispiel nach, hier bei CQL, das ist das Entscheidende. Wir können jetzt auch hier nach Wortarten suchen. Wir nehmen jetzt mal Tag. So, und wir finden jetzt Adverbien. Alles Adverbien. Das ist jetzt noch keine sinnvolle Frage und das sind auch sehr viele. Ja, also 131, noch mehr 285 Millionen verschiedene. Ja, aber das ist die Suchsprache, um die es mir geht. Das ist sogenannte Corpus Query Language. Wir werden noch verschiedentlich mit der arbeiten. Die ist internationaler Standard, wenn es um avanciertere corpuslinguistische Anwendungen geht. Und das ist so ein bisschen eine Übungssache. Man muss eben sich angewöhnen, diese eckigen Klammern zu setzen. Und wo genau sind die Anführungszeichen? Das ist am Anfang eine Fuchserei. Aber dieses Tool hier hilft Ihnen eigentlich ganz gut dabei. Also wir können jetzt hier so einen Tag setzen und dann können wir hier zum Beispiel nach Lämmer ist gleich trinken. So, und dann findet er eben alle möglichen flektierten Formen von trinken. Okay, wir gehen jetzt mal in die Phrase-Suche. Das können wir auch machen. Hier können wir jetzt also mehrere Wörter suchen in Kombination. Und Sie kennen ja vielleicht, wie geil ist das denn? Die Äußerung. Sie können dazu auch gerne einen Aufsatz lesen von Peter Auer. Und wir sehen jetzt hier schon mal ein paar interessante Dinge. Diese vielen Fragezeichen, diese vielen Ausrufezeichen. Wie geil ist das denn hier? Damit können wir es noch kombinieren. So, und wir können jetzt versuchen, nach genau diesem Formulierungsmuster zu suchen. Sie können ja mal überlegen, was kann man denn noch für Adjektive möglicherweise da einsetzen. Wie bescheuert, nehmen wir mal das. Wie bescheuert ist das denn? Funktioniert auch. Wir können aber vielleicht auch nicht nur das einsetzen, sondern auch, wie bescheuert ist der denn? Oder wie, wir können statt denn vielleicht auch ein anderes, ein anderer Partikel einsetzen. So was wie bescheuert, wie bescheuert ist der denn bitte? Oder Ähnliches. Und genau das wäre meine Aufgabe, die ich an Sie stelle. Versuchen Sie mit Hilfe der Hilfe. Und mit durchaus probieren, am besten hier in diesem Modus eine Suchanfrage zu formulieren, die möglichst abstrakt diese Konstruktion abfragt. Das heißt, Sie müssen ähnlich wie bei die WDS hier auch wieder mit Part-of-Speech-Tag-Platzhaltern arbeiten. Und Sie sollten dann doch einige tausend Treffer kriegen und können dann dieses Sample dann noch ein bisschen genauer untersuchen. Das wäre die Aufgabe, die ich Ihnen stellen würde. Genauere Infos dazu auf dem Arbeitsblatt. Ansonsten klicken Sie sich einfach mal durch die Sketch Engine durch. Man kann wirklich viel Zeit damit verbringen, die ganzen Funktionen bis in die Tiefe kennenzulernen. Dabei wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Spaß. Vielen Dank. Ciao.